Hi, ich bin der Marco vom Outlaw Sieber und heute zeige ich euch mal ein echtes Schmuckstück bei unserem Hof. Und zwar den Opel Insignia GSI 2 Liter Turbo mit Allradantrieb, 260 PS und 8-Gang-Automatik. Was das Fahrzeug so sportlich macht und auszeichnet, sind die 20 Zoll Alufelgen, hier die GSI Front. Wenn man jetzt mal im Innenraum schaut, dann hat er die speziellen GSI Nappa-Ledersitze, die Farbe nennt sich Brownstone. Ansonsten hat er ausstattungsmäßig auch einiges zu bieten, und zwar elektrischer Fahrersitz und Beifahrersitz, Navigationssystem, Head-Up-Display, Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer. Und trotzdem sportlichen Auftritt hat das Fahrzeug trotzdem immer noch einen riesengroßen Kofferraum. Schaut mal rein hier. Immer noch einiges am Platz, um auch alles für seine Liebsten einzupacken. Wenn euch das Fahrzeug gefällt, kommt es vorbei, dreht es eine Runde. Bis dann, ciao.